Guten Abend. Ich bin Marie. Ich bin eine Frau, die Marie war. Die Frau, die ich war, wurde von ihrem Mann ermordet. Friedrich Johann Franz Woizek hat sie ermordet. Mit einem Messer, das er für zwei Groschen gekauft hat. Mich schaudert, wenn ich denke, dass die Welt sich in einem Tag herumdreht. Was denn Zeitverschwendung? Wo soll das hinaus, Woizek? Ich bin die Wissenschaft, Woizek. Was ist der Mensch? Knochen, Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Knochen, Staub!